und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klemmersteinbaus heute mal wieder mit einem set von kumen und zwar der w 4202 450 teile und drei minifiguren haben wir in diesem set und es handelt sich um zwei rallye autos mit einem zielbogen weil das auch sehr wie rallye fahrzeuge aussieht erinnert es mich von der aufmachung sehr an das race of champions wo ja momentan noch fahrende rennfahrer und legenden des motorsports gegeneinander antreten in kurzen rennen und ich denke so eine situation lässt sich damit recht gut spielen und das ist doch super für ein wirklich günstiges spiel set für dieses set bezahlt man um die 20 euro wenn dann noch die umsetzung in der preis stimmt dann ist das doch richtig richtig gut und ob das so ist schauen wir uns natürlich zusammen an die oberseite gefällt mir auch weil wir so eine tragelasche haben das gefällt mir immer bei solchen verpackungen und wir sehen nochmal die minifiguren im eins zu eins maßstab und da haben wir drei bubble hat minifiguren zwei rennfahrer und eine frau die die karierte flagge schwingt obwohl sie mich von der kleidung eher an ein grid girl erinnert weiß ich nicht ob das unbedingt in ein spielset rein gemusst hätte und die namen der figuren sind nicole lou und mark die könnten mir aber ehrlich gesagt nicht egal sein ich weiß nicht wie es euch geht aber mir sind bei solchen spiels jetzt doch die namen der figuren komplett egal das fand ich schon irgendwie unnötig als das bei den lego city sets angefangen hatte dass dort jede figur einen name bekommen hat und ich brauche es hier auch nicht wenn ihr andere erfahrungen habt schreibt das gerne mal in die kommentare aber meiner meinung nach brauchen auch kinder diese namen nicht aber stört mich auch nicht wenn sie dabei sind ich fand es nur lustig weil ich bei einem let's brick stream als zuschauer dabei war und auch geschrieben hatte dass ich dieses set jetzt als nächstes bauen werde und dann wurde mir gesagt ach du baust das set mit nicole und ich habe mir zu dem zeitpunkt noch gedacht hä was für eine nicole da habe ich das set nämlich gerade aus der versandverpackung rausgenommen und dann eins zwei sätze später ist mir das hier aufgefallen wie gesagt an sich ich brauche die namen sonst nicht und auf der rückseite sehen wir das set noch einmal aus einer anderen perspektive wir haben hier auch nochmals statistiken zu den zwei fahrern du und mark auch diese ganz ehrlich brauche ich in dem spiel set aus klember stein auch nicht unbedingt aber dann sollen sie halt drauf drücken stören tut es mich jetzt auch nicht viele andere wichtige details finden wir jetzt auch gar nicht bei dem set und dementsprechend machen wir das ganze mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und die verpackung ist ungefähr zu drei viertel gefüllt ich hätte fast gedacht dass es noch eine größere luftnummer ist aber es war dann ganz in ordnung vom füllstand wir haben auf jeden fall drei bauabschnitte ich gehe mal davon aus einmal für den zielbogen und für die zwei fahrzeuge die bauabschnittstüten sind auch eindeutig markiert also da kann wahrscheinlich gar nichts schief gehen über die steinequalität reden wir dann wie immer wenn es soweit ist und dann haben wir die anleitung die wie ich finde relativ groß vom format ist für 400 teile dafür ist sie aber auch sehr dünn die anleitung ist klammer gebunden die papierqualität ist völlig in ordnung genauso wie die druckqualität in der anleitung eingeklebt ist auch noch der sticker bogen und das ist schon ein ganz schönes brett anstickern beim spielset ist das mal noch okay aber wie immer gilt druck gewähren natürlich cooler auf der ersten seite haben wir auch noch mal eine erklärung zum teile trainer und zu den figuren die dabei sind wie man sie zusammenbaut es wird verblasst dargestellt was gebaut wurde und was neu gebaut wird wird dann in vollfarbe dargestellt und wir haben auch immer noch ein paar rote pfeile die das zeigen das sollte kinderleicht sein auch sind pro bauschritt hier nicht so viele teile verbaut es ist etwas mehr als wir das in lego anleitungen haben aber schwer sollte das nicht werden es ist ja auch ein kinderspiel set und insgesamt haben wir 30 seiten bis das ganze fertig gebaut ist eine teile liste fehlt leider in der anleitung das design der rückseite gefällt mir auch wirklich gut genauso wie die gesamte aufmachung des sets also als kind hätte ich riesige vorfreude gehabt das ganze zu bauen und ich habe auch jetzt als erwachsener vorfreude das ganze zu bauen umso besser und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich mit den zwei fahrzeugen wieder und wir sehen uns das erste mal wieder nach dem ersten bauabschnitt ihr seht also ich hatte leider unrecht es ist nicht im ersten beutel das erste auto im zweiten das zweite und im dritten das ziel sondern es ist ja anders aufgeteilt nach dem ersten bauabschnitt haben wir dieses halbe auto hier fertig gebaut ich finde es wäre schöner gelöst gewesen wenn es wirklich pro auto und eben dem ziel jeweils ein bauabschnitt gegeben hätte aber das ist ja wie so oft eine geschmacksfrage soweit sind wir bisher gekommen es ähnelt wirklich den kleinen city autos sehr vom aufbau ist auch logisch in dieser größenordnung kann man nicht so viele sachen anders machen wir haben natürlich sehr viele sticker drauf die am ende die optik bestimmt die steinequalität ist aber richtig richtig gut einmal von der verbaubarkeit von der klemmkraft das gefällt mir sehr und auch vom aussehen sehen sie wirklich gut aus wir haben nur wenige angusspunkte und diese sind nicht so offensichtlich wie bei manch anderen herstellern also die steinequalität ist bisher wirklich top was mir sehr gefällt ist das lenkradteil das ist ein etwas besonderes und passt natürlich in einen rallye wagen sehr sehr gut rein auch bei kleinen formel 1 wagen mocks würde das sich richtig gut machen und ist auf jeden fall besser als dieses standard lenkrad vom aussehen also ich hatte bei diesen wenigen bauschritten bisher wirklich spaß hoffe natürlich dass das so bleibt und wir sehen uns dann gleich wirklich mit den zwei fertigen fahrzeugen wieder und damit sind die beiden fahrzeuge und auch die ziellinie schon fertig das zeige ich euch gleich natürlich noch mal richtig denn ich finde die bauschritt unterteilung hier wirklich ein wenig merkwürdig wir haben in der anleitung ja a b und c a für das erste fahrzeug b für das zweite fahrzeug und c für das dritte fahrzeug so weit so logisch das führt aber dazu dass wir die zweite bauabschnittstüte öffnen um den rest des ersten fahrzeugs zu bauen und dann aber weiter die bauschritte mit a bezeichnen obwohl wir ja in einem anderen bauabschnitt sind das ist jetzt kein riesiges problem ich fand es wie gesagt einfach nur merkwürdig und hätte es ein wenig anders gemacht so wie ich es am anfang schon gesagt hatte und natürlich sind bei der ziellinie dann weniger steine drin als bei den zwei fahrzeugen dann hätte man aber die figuren zur ziellinie in den dritten bauabschnitt packen können und es hätte für mich einfach mehr sinn gemacht denn so kann man es auch schlecht aufteilen auf zum beispiel zwei kinder die jeweils ein fahrzeug bauen weil eben die bauabschnitte so komisch sortiert sind davon abgesehen finde ich die fahrzeuge wirklich gelungen dafür dass sie so einen kleinen maßstab haben sehen die richtig richtig gut aus sie sind von der bauweise ziemlich ähnlich wir haben als zweites fahrzeug dass wir bauen dieses hier es ist von der farbgebung blau weiß und rot natürlich sehr an eine bekannte deutsche marke angelehnt das sieht man auch hier oben an dem banner namen werden hier natürlich nicht genannt ich finde das fahrzeug wirklich gelungen für die wenigen teile die dort drin stecken gerade das boilerform teil finde ich passt sehr gut dazu und so bekommt man eben diese optik auch schön finde ich dass wir bei der scheibeform direkt scheibenwischer eingeprägt oder eingegossen haben und generell hat human ja etwas eigene teile also bei den slopes ist zum beispiel in der mitte immer noch mal so eine erhebung das finde ich hilft diesen rennwagen sehr sehr gut um gut auszusehen und auch das erste fahrzeug was wir gebaut haben ist finde ich gut gelungen ich finde zwar das zweite fahrzeug schöner aber auch hier ist es einfach für die größe für den maßstab in dem wir bauen wirklich beachtlich wie gut das ganze aussieht auch wenn natürlich das meiste der optik hier über sticker kommt als funktion haben wir bei den zwei fahrzeugen wer hätte es gedacht sie rollen sie rollen auch wirklich gut da es nicht sehr viel widerstand man braucht hier kaum kraft um das ganze zum rollen zu bringen und man kann bei beiden fahrzeugen die cockpits abnehmen und keine eine figur ins fahrzeug bringen auch das zweite fahrzeug hat übrigens das schöne lenkradteil was ich aber zum thema cockpit und figuren reinsetzen sehr schade finde ist dass die bubble hat figuren hier nicht wirklich reinpassen eine figur des marktführers könnte man reinsetzen die bubble hat aber leider nicht und das ist natürlich sehr sehr schade wenn man in einem spiel set mit rallye fahrzeugen die rennfahrer figuren nicht reinsetzen kann die einzige lösung eine bubble hat figuren diese fahrzeuge rein zu setzen wäre es das lenkrad auszubauen dann passen die figuren rein man kann das lenkrad aber dann auch nicht mehr einbauen und das macht natürlich beim spielen nicht allzu viel sinn die rennfahrer dort ohne lenkrad fahren zu lassen das muss dann jedes kind für sich selber entscheiden ob es das jetzt groß stört oder nicht und was ihm wichtiger ist ob die figuren reinpassen oder ob in den fahrzeugen die lenkräder wirklich drin sind aber ich finde das mit den figuren ist für ein spielset schon ein großer minuspunkt und dann haben wir natürlich noch die zieleinfahrt gebaut optisch gefällt mir die sehr gut obwohl sie jetzt nicht aus sehr vielen teilen gebaut wurde es ist wirklich eine fassade aber das ist bei rennen events auch nicht anders da ist das ziel meistens auch nur so ein aufbau es sind natürlich wieder alle aufschriften sticker das wisst ihr denke ich mittlerweile wir haben hier eine tafel die die zeit anzeigt die startlichter eine karierte flagge noch mal am rand und der rest ist einfache deko und dann haben wir natürlich noch die figuren zu dem set wir haben einmal die junge dame die auch die ziel flagge schwenkt und die zwei rennfahrer wir können natürlich bei den rennfahrern auch die helme abnehmen und es sind eben diese typischen human bubble head figuren die drucke sind durchaus schön sie sind auch wirklich auf der brust auf den beinen und auf dem rücken bedruckt was ich an den human figuren schade finde man kann sie beim spielen nicht hinsetzen da haben sie keine noppen aufnahmen sondern man kann sie wirklich nur bei den füßen auf noppen und ihnen sachen in die hand geben ich finde die human figuren aber durchaus süß und das ist der gesamte umfang den ihr bei diesem set bekommt und jetzt wäre natürlich ein kompromissvorschlag die fahrzeuge normal bauen mit lenkrad und einfach andere figuren rein setzen und man kann das hier auch sehr sehr gut kombinieren es gibt ja zum beispiel von lego eine reihe bei der sie mit ferrari und shell zusammengearbeitet haben wir haben zum beispiel auch die zieleinfahrt die 40194 aus dem jahre 2014 da haben wir diesen aufbau hier was die zieleinfahrt darstellt und wir haben auch noch ein kleines siegertreppchen und eine figur und es gibt natürlich auch noch super viele andere sets aus dieser zeit und dieser reihe oder auch city sets wo man wunderbare rennfahrer für einen günstigen preis her bekommt und gerade diese zwei sets hier kann man ja wunderbar kombinieren man kann ja bei einer rally das hier auch als start benutzen die fahrzeuge starten und diese variante von human die dabei ist als zieleinfahrt benutzen ist doch wunderbar kann man super kombinieren und beide fahrzeuge passen hier super durch vom maßstab und dann hat man sogar noch ein siegertreppchen dazu und gerade dieses lego set die 40194 bekommt man für wirklich wenig geld in einem sehr guten gebrauchten zustand ich meine wir reden da teilweise über fünf euro inklusive versand und dann kann man das super kombinieren und ich meine city rennfahrerfiguren bekommt man auch überall her was ich damit sagen möchte dieses set hier ist nicht perfekt es hat seine kleinen fehlerchen die steinequalität und der aufbau sind nicht der fehler das hat wirklich spaß gemacht es gibt zwar minimale unterschiede im grauton bei diesen human steinen hier das ist aber alles im rahmen von so einem spiel set der größte fehler den ich bei diesem set gesehen habe ist wirklich dass die figuren nicht in die autos passen man kann damit aber trotzdem spaß haben wenn man kombiniert und auch wenn ihr das vielleicht denkt es tut nicht weh klemmbausteine von lego mit alternativen klemmbaustein herstellern zu vermischen das tut überhaupt nicht weh versprochen und dann kann man die kleinen schwächen von so einem set hier durchaus aus bügeln ich hatte trotzdem spaß mit diesem human set und es wäre super einfach nach den differenzen die johnny's world mit diesem hersteller hatte hier einfach drauf zu hauen und es halt schlecht zu betiteln ich denke ich habe euch fair gezeigt welche probleme ich mit diesem set hatte aber auch dass es dafür durchaus lösungen gibt und ich finde das set echt gut weit weg von perfekt aber gut und wenn man es für einen guten preis bekommt dann kann man damit spaß haben und deshalb gibt es von mir auch eine kaufempfehlung und kinder die die figuren nicht so sehr interessieren die haben natürlich mega viel spaß mit den autos und den ist es dann auch egal ob die figuren reinpassen oder nicht wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer mal die prick